Ein freundlichstes Alljährlich, meine lieben Freunde. Euer BedeBlay hier mit einer neuen Folge von BursiBrayBray mit Kai und Bassi, wieder am Stizzle. Boah, Alter, ich komme vielleicht aus dem Fuß hier bei so vielen Anmoderationen. Also ich darf mir als erstes Item ein Lord Dominik's Grüße grüßen. Guten Tag. Wollen Sie über Jesus reden? Schöne Grüße gehen mal an Lord Dominik. An Lord Dominik. Lord Dominik. Lord Dominik. Lord Dominik. Ich schicke mich die ganze Zeit auf die Solo-Line, wisst ihr das? Das ist auch Raffos. Ja, danke und ich muss mit meiner Weh anfangen, ja. Ich muss mit meiner Eh anfangen, man. Das Schlimmes, ich glaube, dass du Graben auf dem Boden bist. Au. Was tun wir? Elis. Elis ist hier. Elis ist hier. Elis Hoplin. Andere. Elis Hoplin. Ja, ich habe doch da auch gepingt. Die hatte ich gesehen. Elis Hoplin. Elis Hoplin. Von. 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 Alter, wenn wir Level 2 sind, dann geht's so ab, ne? Meine Q. Oh nein, nein, geh weg. Der muss da wieder... Der muss double... Boah, ich find's aber nicht cool, dass der da Botlane wieder... So Solo-Challt. Okay, geh runter, ich mach's Solo. Ja, okay, ich komme. Aber wir haben die CC, kommt auf du. Ja, okay, ne, ich geh nach unten. An sich schon, ja. Oder wir swappen beide nach unten und der Ding ins geht nach oben. Der wär, glaub ich, sogar besser für unseren Rammuz. Hm? Der muss geh hoch. Dann geh du mal nach oben. Dann geh du mal gegen Ibis, um zu klauen. Oh, er wird gerade geheilt. Ich, ja. Okay. Ich mein, ich hasse ihn mit ihm ganz nah. Ja. Nur für dich. Setz ich meinen Heal ein. Nur für dich. Wer will ich danach? Ja, was? Oh, Alter, ich hätt' dich jetzt gehauen, Alter. Wenn ich schon meine Heal-User war dann nicht richtig. Hier, äh, Basti, bitte, Heal. Könnt ihr mal. Anlegen sie sich unseren Tower. Ja, ne, können sie nicht. Da wird dann rangerutscht kommen. Sag ich doch. Halt der Maul! Du stehst am Backfisch. Stauz, Alter! Das war der Knock-up-Countdown. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, lol. Ja. Der Knock-up-Dum nenne ich. Der Anlock-up-Dum würde ich sagen. Ist okay. Wir kiten so zu Tode. Oh, mein Gott. Und Fürstblatt. Niemals! Du hast die Gneiit drauf. Aber das war der letzte Trick. Ich wollte sie auch gneiten. Oh, lol! Ich hätte gneit die Gneiit raus. Leider. Du hast ihn grad aus meiner Kuh rausgegrabbt. Lol, Talismann wird hier ganz anders gebaut. Ich glaub, wir hätten den sogar gehabt, hätte ich erst gebaut. Bis seine Kuh durchgegangen wäre. Ja! Okay, die kommt direkt. Ballern müssen. Talismann bitte! Oh, lol! Der greppt natürlich alles aus seiner Scheiße raus, ey! Hey, oh Gott, Benny! Oh, lol! Oh, lol! Oh, lol! Ja, das ist das Spiel, das wir spielen. Oh, lol! Okay, das ist ein Pferd und das macht mir Angst. Oh, lol! Kein Kommentar. Ja, ja. Ja, ja. Das ist doch, glaub ich, besser so. Ich mach ein bisschen lang. Das Geile ist, das Geile... Dass er so eine fette Faust hat. Das Geile ist, an einem Blitzcrank, du kannst den auch noch grabben, wenn der hochfliegt. Der kann alles, was er in der Richtung liegt. Zieht er an sich ran und bumst ihn einfach ganz schön hart. Oh, lol! Mal weg. Alter, ich hab noch schon mehr als halb... ...halb... 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 ...mana... Oh, die Ideen macht Schaden. Und ich kann... ...darf keine Maggi-Resistenz kaufen, das ist Kacke. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, mein... ...mein Sohn. Versuch es, ja. So, erstes Item ist, äh... ...von einem... ...item Bild gebaut. Gekauft. Spitzhacke. Jetzt hacke ich einfach alles hier weg. Äh, Topline fehlt. Könnt ihr mal den Heel in der Mitte, Ramosi? Ja, ja. Ja, komm. Digga, ich muss ja erst mal ausforschen. Ah! Das haben sie schon den Heel genommen. Weil du zu langsam warst. Ja, ich hab hier Leute auf... Nein! Hast du nicht! Du kannst pickpicken, Alter. Du kannst chillen. Gebt dir gleich chillen. Gebt dir gleich chillen. Das stimmt schon wieder. Nächster! Problem ist nur, dass sie da unten auch ziemlich tanky werden. Wollen wir sie holen? Ah, ja. Kannst du grabben? Also ich gebase. Ah, scheiße. Ich mach Schaden! Ne, wirklich. Wann war wusste sie, dass ich komme? So was asozialisch. Oh, jetzt kann man die Bottelein holen. Oh, jetzt kann man die Bottelein holen. Ich hab keine Mahnung. Ich auch nicht. Wow! Die I say of doom. Oh, Gott. Oh, ich hab Ulti. Oh! Der feine Herr Ulti. Wollten könnte ich ganz kurz pushen lassen. Oh! Gerne doch! Äh, ich wollte ping, dass ich nicht auf dem Weg bin. Nice! Good job! Was nenn ich den Gang-Uf? Ich glaub, die Syndra kommt jetzt gleich. Ja, 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 ja. ja aber wirklich da ist sie schon und ich geh toplanen und pushen die schon level 6 alter das bringt ja auch in der Elise aus der Tür ne? aber Draven ist level 6 ouch oh 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 ulti oh lol die Outplace NIIIIIIIN LOL Geh da weg Geh da weg Ich komm ran Ich hab CP deswegen Was macht der denn hier? Oh nein Oh nein Was? Oh mein Gott ich bin leicht Ich bin nicht gestorben jetzt Ey Gnei glaub ich Wui Darf doch nicht wahr sein was ist das? Ja ich stehe ein auch so für Ammo, nicht schlecht für den Rüstungsdurchstrengung hollol, der hat sich ne riesen schwer dreckig und ne Spitzakalder aufpassen, der macht jetzt Schaden sagt dir auch ne ging vollhemd kannst nicht mehr machen wenn meine QR-D hab alter der Hitmet so easy gehabt jetzt kannst du wieder machen übrigens aber nicht auf dem Ammo unbedingt aaaah schön dass wir zu durch Boardlane sind kannst du was hucken? kannst du was hucken? ich hab mein eh oh mein Gott tschöööö ich würde weggehen ja weil wir sterben wir alle drei na nein ne wir sterben nur du du stopst noch na nein weil du irgendwie nicht zum Tor läufst ja versteh ich warum du nicht zum Tor läufst ja weil die von da gekommen er hat seine Ulti raus oh du was ist das denn? es hat es hat er war näher dran er war näher dran er war näher dran kann mir keiner erzählen alter ja nice hm ich renne mal gleich auf die Toplane ne digga scheiße Riot alter die haben Riot verstoppen die haben Riot verstoppen Riot hat an instant wieder auf meiner Toplane um ja come raan coo uuuhleuuu ja uuuhleuuu ja uuhleuu wuuhle uuhle ja 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 die weiten das war mal wieder das ganz gesehen wo du wegzupiert hast und sich voll heim gegangen oh ich komm bot lane ich hab nichts gefehlt oh hier ist ein graven also da war einer ja ich geh wieder top lane auf video alter auf wieder ich könnte schwören du hast ihn getroffen doch der ging irgendwie durch er hat doch an dann möchte man es kommen aber Papa wir leben wenn es also ich nicht dazu liebte am besten dann kommt er nicht doch er hat nur das so meistern doch halt dein Maul einfach alter hat immer noch aber jetzt hat sie zu viel nimm mal den alter ein hier ist gerade Arbeit ich hab Ulti kannst du die Elise grabben ja die kommt nicht hin doch sie kommt wie die kommt lol alter wie nice lol wie geil war die Kuh denn bitte alter die ist einfach in die luft geschleudert worden bis zum geht nicht mehr mal ich stehe 1 2 1 ich stehe 1 2 3 ok 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 da war der minion aber wirklich jetzt vor das gute ist ich dachte ich durfte mir ja die rüstungsschuhe bauen jetzt halte ich auch ein bisschen was gegen drave aus L und darf man auch noch ein Sonjas gönnen alter nice ich muss mir immer den gleichen Schuhe gönnen hehehe 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 er zieht sich hier mal die gleichen Schuhe an mhm jeden Tag hinter sich verdammt alter ich komme von hinten ja ich bin ja nicht in der Nähe ne du bist echt der Pro man an eine Ulti rausgebeten das ist der Pro created ah lol hier sind die Boxen verabschlackt Leute Leute, oh nein Tschüss äh, irgendjemandem muss raus- NONN NON, NON, NON. leck mich doch! Ich habe es zu spät gemerkt Ich habe gesagt, irgendjemand muss rausrennen Oh Gott ohhh, ich darf mir Sonjas gönnen ach ja mehr zwei alttage also das gibt es nicht ja ist ja ich hoffe mal das zählt jetzt mal zu was war das denn für das ist ein spiel mann ich habe gefällt und am tollen der Panschlein was den Panschlein revolutioniert und er hat ein Kollege m der einzigste ich auch mal Hans uns kann sollen die Tonne kloppen welchen Griechen auch ganz cool aber Griechen macht so Reggae Rap das war der Entspannte aus dem JBB oder JMC oder jetzt Grinch Hill mit whatever Tenissen untermauern I wanna be whatever go für ihn mal jung danke er hat er die 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 können wir alle weg kommt auf die Spinnung bitte er ist zu früh glaube nicht dass sie die jetzt schon machen nehmen wir nicht ja was sind die denn alle Welt bisschen Weltkrieg mit meiner Ulti oder unten sagt auch und wann hast du auch jetzt okay ich warte auf wenn ich Q wenn er trifft sind um ein kürzeres macht ich hab gesagt ja ich war aber noch nicht doch ich wollte auch alles klar ich muss dir dann für die Blumen vielen Dank von dir oh mein Gott ich getroffen ist ja wohl der shit alter die haben echt lange Weile wir wohnen das Game das ist nicht gut das ist geil das Schlimm ist das Leben sie haben es sind auch Neues ich habe nicht mehr gesehen ich sehe nur noch die Elisabeth an der ist doch gut und wo es mir jetzt hat und vielleicht hat auch vielleicht hat er seine Mutter sagt er jetzt auch nach dem Abba das wäre was genau die Mutter sagt nach nach er hat aber er muss mich doch noch verstehen sagte machen und zwar die Marat noch gar nicht da ich möchte den Ramm so wie er muss kann noch nichts ja das ist sie vielen Dank Ich kann okay sagen, ja? Verstanden? Okay? Nice, geil! Oh Gott, ich kalt es da! Ich komme! Oh, der Ramm brauche ich zu lange, obwohl ich das Schnellste von uns ist. Wo seid ihr? Nicht da! Das wär meiner gewesen! Den hättest du gar nicht bekommen. Ich hatte den Kneider auf ihn gesetzt! Das hat nicht gereicht. Ja, ach so! Ach so, Basti, ach so! Das ist die Rache dafür, dass du penterst! Hä? Ich hab Leggear gemacht, du! Ja. Loll! Alter, das darf nicht wahr sein! Jetzt habe ich meine Ultiab! Fuck auf, Alter, du Hure! Na, oh! Ich krieg, hopper! Jetzt, wo ich 2000... Warte, was? Ich muss 1052 Gold abwarten, damit es mal weitergehen mit meinem Item? Ja, leck mich doch am Arsch, ey! Komm, nicht toll! Oh, ich darf mir Fähigkeit, du! Oh, das gibt ja auch noch Fähigkeit, wie nice! Du kannst ja das Ziel zeichnen einnehmen! Du kannst's Top-Lane machen! Du kannst Top-Lane machen! Oh Gott! Wenn der Dreven, ich soll weg, ist dann ist es echt nice! Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg! Komma! Soll ist voll! Der macht schade! Der ist tanky! Der ist tot! Kling Lohr warum kommt denn nicht vor das mag es war ein solches Prozent abwarten ja die das schön dann ist unser Problem in den ja sie ließen die hatte Lernstoff der Parkermarkt und tut ihm ausmacht und auch noch kommen wo er kommt und ich habe 3 8 und angetan Rüstung 134 Rüstung habe ich 141 Ja wir jetzt auf den Thornmail gehen, das ist halt sehr schön Das war jetzt irgendwie Outplayed Nur weil der Mumu da war, ohne den Mumu hätte ich sie ge... ok ist wieder da Der Draven ist wieder da Ja jetzt verlieren wir das Game definitiv Aha wirklich Nein Oh mein Ja wenn man so und solche alleinige Aktion macht bestimmt Hast du gesehen wie ein Leben der hatte? Ja aber wenn du dann stürfst, was bringt's an? Erbe nicht Denk, was ich bin Denk so was ich tue Stern Ja Ja Merkig Jetzt auf den Thornmail und dann macht der Draven mir gar nichts So jetzt kann mich die Alte nicht mehr, trotzdem nicht mehr töten, ich hab Schleier Ja Oho Hu Danach muss ich auf den Nachschoss gehen Easy 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 Oho Oho Komm her Oh Komm, kriegst du die! Oh Gott! die ganze Zeit wenn sie ihre Ehe nicht macht Mann, immer kommt meine Kuh zu spät ich hätte ihn wieder bekommen, aber ich habe es diesmal mit Absicht jetzt mal nicht gemacht Wollte auch einen Kill haben? Weil ich ganz so queuen können Oh lol Pfff Das ist meine Ahnung, den Text machen einfach voll Oh lol Ok, Ult raus Ich kann mich nicht bewegen, oh mein Gott Was ist denn hier los? Holy shit Was macht ihr denn? Lol, die Ult Pfff Neh mal ein hier, ne? Tschuss Loll Meine Barrier Oh fuck off Pass auf, Elise lebt wieder, ne? Ich würde jetzt rennen Ich hatte den Tauern, ne? Ich hab schon mal gesagt Der Tau ist so pehne Bestimmt 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 halt zweimal Alter, schwarz Ich hab die A, ernsthaft ein Rammus Also das ist ja mal wirklich wahr Ich hab' nur noch 20 Gold, dann hab' ich mal Thornway und dann hab' wir auch nachschussgehe Easy, easy Da 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 Man, 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 da 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 E, 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 E Ah, Cacch Ok Er, tipp der, wicket, nicht Bolo, bolo Er versteckt, im Gras hier unten bräuchte man jetzt umgegangen der den Jo 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 Tau hat echt nicht mehr viele Leute nur so ich weiß es nicht wenn ich bin das ist denn hier kommt jetzt an und ertreten den Körner aus fokussend dann hat er noch nicht wir nehmen wir haben die Karte ja ich wollte Tauern machen die Dachter haben wir erst mal an vor dem Tauern machen die Däckleck hat erhält nichts aus geht drauf ja auch die Sohle die Tauern nicht er ist in den Minions da sind und wir machen den Tauern ja bitte dann rufen wir bitte zur Top dann könnt ihr auch da den Tower machen wir gewinnt schon wieder eins in uns zu machen ja aber nicht übertreiben die Konzentration hoch bleiben ja aber die Konzentration bitte hoch bleiben lassen was hier geht immer weg da kommen gleich drei Leute so jetzt hab ich auch meinen Randwills für Arme was? äh mein Sonja genau für Arme weil das besser ist als das eigentliche Sonjas aber ok ja halt dein Maul die werden jetzt wahrscheinlich unseren Dings einnehmen hier Ditte ja ne das sieht man doch oder nicht? ja das sieht man nicht ja wir sehen das wenn sie rauf gehen ja nein die kommen zu mir ist aber nur ein Arm nein ist es nicht nein ich komme ich komme ich komme nein nein ganz machen alle ganz ehrlich top nice ich hab ein Double aaaaaaah bee c loll ich komme ich denke wir haben doch alles fehlt ok ne lass das loll wir machen den Tower oh lol ready? ja lass mal warten naja schade nicht es heißt ich bin voll gar nicht gewohnt von dem Whiskranken ja ich bin es voll gar nicht gewohnt von dem Whiskranken v da komm'm gleich ein paar Duts warte Oh. Kommt ihr? Mit was mache ich denn Lebensraub, Alter? Hä? Hä? Ich halte mich ja mal krass hoch. Wie, der kann auch nix machen, ey. Der aber wollte doch zu dem und Graven macht nix. Das hätte ich wenigstens auch nur, die ich weißen kann. Ich liebe den Jungen. Ja, push dir mal Botlane, ich halte mal Toplane weiter. Ich muss sagen, der Carried aber uns auch richtig hart hat, Draven. Hey, was, 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 hä? Der Draven ist zu useless, Alter. Push Botlane, Push Botlane, Leute! Ich halte die hier auf der Toplane. Ja, weil der Draven nichts macht. Ja, deswegen ja. Der ist so gay, der weiß nicht, wie man gegen den Ramo spielt. Wahrscheinlich hat er auch einen hohen Ping. Aber jetzt kommt er. Wird es gut für uns. Ich komme auch untergerollt. Ich roll die Treppen hoch, ne? So in der Arm. Ja, ich roll die Treppen hoch. Ja, der ist weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Egal, je aus der Tower Range. Oh, da so. Nice. Egal, Tower. Kommst zu. Ja, ich bin tot. Man ist um und hat kein Leben. Dank. Ja, ich gebe mich dich selbst. Ich bin schon 8 Mal gestorben. Ich fick drauf jetzt. Also ich habe incidental Shorts gekauft. Und jetzt geht's um. Dann gehe ich auf den Rabo drin. Waskaliert auf APM? Ne, meine Q. Kann jetzt mir endlich mein Jungle Item mal kaufen. Ich hätte das schon vorher machen können. Schwarzes Beil incoming. Yay. Das Schöne, ne? Das Schöne ist, jetzt kann ich mein Smite benutzen. Was? Ich bin Chorat und ich kaufe mir ein schwarzes Beil, Alter. Und ich bin Rammus und ich habe ein Road of Ages vollgestackt. Und ich habe ein herausforderndes Hashmetter mit Blitzcrank. Ja, du bist voll R.D. Blitzcrank, whatever. Was auch immer Dashi gegangen ist. Ne, ich bin auch noch Tank. R.D. Blitzcrank ist aber echt motherfucking nice. R.D. Tank übrigens, ne? Ja, der Bruiser nennt sich sowas. Moveman Speed? Warum bist du nicht angegangen? Weil die hinter Minion stand. Sich nicht rein. Wollen wir Spinnen machen? Die machen Spinnen. Übrigens haben sie ne Spinnen im Team. Komm, Wasti. Komm, Wasti. Komm schon. Daum mit der. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Den schaffen wir nicht. Oh mein Gott. Komm, ich hab noch hier full life. Ich kann ihn werken. Mein Leben ist auch noch ziemlich stark, muss ich sagen. Aber ich wohl hab den noch nicht. Nice. Spinner. Das ist doch einfach nur ein Fuck-Troll-Game. Das ist der Shit. Ach ne, ich muss jetzt auch auf Google gehen, weil Rabadons gibt's ja hier nicht. Ach, was du nicht sagst. Doch. Gibt es. Nein, nein. Achso. Ja, das ist ja das. Obwohl ich sogar angegeben habe. Naja, die große Bördler-Seite ist natürlich nur für die Normals angegeben. Nein, 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 nein. Du kannst auch, ich hab vergessen auf Dinge zu drücken. Du kannst auf gewungener Wald angeben. Das macht trotzdem nicht unterschiedlich. Doch. Das ist die 3 gegen 3 Map. Das wissen sie dann. Das ist dumm das anzugeben. Das stimmt natürlich auch. Also man pusht gerade übelst, ne? Aber wir können das nicht hier machen, ne? Ich glaub, der Draven hat wieder Probleme. Ach ne, das war. Ich glaub, der wegneiden. Lol, wat? Wat? Ihr habt ihr einfach wegrasiert? Willst du mich verarschen? Nein. Ah, komm. Weiß ich, ich bekomm nix von dem... Guck mal, wie viele Minions die sind! Lol. Oh Gott. Und GG. Lol. Hahaha, das haben wir auch gewonnen. Mit Balls of Bravery, ey. Easy! Full-up hier am... Wuhu. Alter, dieses... Ach, fuck auf, Alter. Sag tschüss, schau dran und auf Wiedersehen. Euer Bitte, bis zur nächsten Folge von Broxia Bravery. Haut rein, haut raus. Tschüss. Schönes Game. GGWP.